Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir haben unser ganzes Leben lang hier gewohnt. Und jetzt sollen wir auch noch alles mit denen teilen? Wir erkennen die doch nicht mal. Ich wollte mich dafür bedanken, dass sie uns so freundlich empfangen haben. Das ist wirklich nicht nötig. Es war aber sehr nett. Ich heiße übrigens Yara. Wie heißen Sie? Ich bin Tommy Joe Valentine. Darf ich Sie was fragen? Wie läuft's? Als kleines Mädchen habe ich gesagt, dass ich Fotografen werden und durch die Welt reisen wollte. Wenn Sie im Moment Zeit haben, dann kommen Sie mit. Das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte. Eine uralte Tradition. Einfach verschwunden. Wenn man zusammen isst, dann hält man zusammen. Das ist ein Zitat von meiner Mutter. Einige von den Menschen hier haben es auch nicht einfach. Wir kriegen doch selbst nichts auf die Reihe. Man hat doch alles dichtgemacht. Sogar die Schule ist geschlossen. Es wird immer schlimmer, hab ich recht. Wenn sich alle Familien zusammentun und anfangen, gemeinsam zu essen, dann können wir Freunde sein. Wenn man zusammen isst, dann hält man zusammen. Dann hält man zusammen. Verpiss dich in den Platz rücken! Diese Papp. The Old Oak. Wir brauchen das. Das ist ja wie in einem Flüchtlingslager. Halt verdammt nochmal deine Fresse, Mann! Ich weiß nicht, ich hab sie auf! Das hier ist Solidarität, nicht Wohltätigkeit. Hier geht's darum, dass wir alle gemeinsam etwas tun. Wir haben versucht, etwas Neues aufzubauen. Etwas Wunderbares. Es braucht viele Menschen, die zusammenarbeiten. Shukran. Wissen Sie, was Shukran bedeutet? Es bedeutet Danke. Ja, Shukran. Shukran, T.J. Valentin. Shukran.